Was geht Leute, willkommen zu meinem allerersten EA FC 25 Video, ich nehme das Intro gerade ein bisschen später auf, aber in diesem Video seht ihr mein erstes Team, meine ersten Top Party Rewards. So Freunde, wir gehen ins Pack Opening, die 4.604 Points haben wir am Start, mein Vorschau-Pack war gut, deswegen holen wir uns direkt Odogi, kann ich für 8.000, der geht sofort bestimmt. Haben wir schon die ersten 20k, gehen wir rein. 7.5k-Pack nummer 1, gibt uns. ZDM, Frankreich, Serie A. Warum nicht so Blackout, Milan? Ach, Vofana haben die ja gekauft, hab ich voll vergessen. Kostet aber schon gar nichts, oder? Vofana, 1000 Münzen, gehen wir mit. Hyped, Junge, Hyped, 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 Gib mir gute Spieler. Alfa-Lukaku, La Kaka, 82er, Non-Rail. Kostet gar nichts. 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 Komm mir, ja. Gib mir was gutes. Joe Gomez. Mio. Kostet gar nichts, ob er gegen was. Rein ins vierte. Kommt, das wird was gutes. LF, Portugal, Ronaldo. Ronaldo? Spass. LF, Portugal. Porting. Bruno Santos, oder wie er da ist? Oh, Pedro Goncalves. Goncalves. Der erste 83er kostet... Ja, kein Spann. Dorn, Dorn, Ito. Kostet gar nichts. Tschüss, 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 tschüss. LF? Sterling. Der Typ sah raus wie Sterling. Ich glaube Sterling. City? Nein, Grealish. Jack Grealish, 84er. Weiß ich nicht. Dahinter haben wir auch nicht viel. Kostet gar nichts. Ich glaube, die kostet gar nichts. Dallo. Anfangs Rv. 7... 7k holt keiner. Stellen wir für 7,1 rein. Ich wollte den Einer. Mastraub. Ih, das hat ja richtig ekelhafte Werte. Malkau, die alte Gala-Legende. Maximilian Bayer. Das ist voll gute Werte, verdammt. Testen wir mal ein 25k-Pack. Welches ist das ja besser? 12 Spieler, 3 Gold in Verteidiger Argentinien. Romero. Wie viel hat der? 84? 83? 84er Romero. Den haben die seit Pesorisch weggenommen, Alter. Okay, wir haben ein Spiel durchgespielt. Mauro Emanuel Icardi hab ich gezogen dann. Da ist er, Junge. Warum wurde er nicht angezeigt? Ich hab auf jeden Fall die beste Karte der Welt gezogen. Machen wir weiter mit den 7,500, weil sonst haben wir gleich keine Points mehr. Audeiro. Müll. Ciao, 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 ciao. 1,000 Münzen. Ey. Ich weiß, was sind Kinder wohin ab? Dieses Jahr hatte ich Bellingham, glaub ich, gezogen. Kaum, Junge. Bis jetzt die beste Karte war eine 84. Gib mir ein Workout, ihr, Alter. Workout. Yay, gib mir ein Workout, Mann. Ja, oder eine Rare-Karte, zumindest. Ich finde, das ist nur Non-Rares, Alter. Rein ins nächste. Ja, wow, Alter. Sonst für mich. Crespo. Brauch ich alle nicht. Ey, ich zieh nur Müllkarten. Am Anfang war es gut, jetzt scheiße, oder das? Ich glaube, Basenantrücke könnte was kosten. 500. Hör mal mit. Nur noch 2.000 FIFA Points auf der Uhr und... EA gönnt ja gar nichts. Die gönnt ja gar nichts. Player Pick. Stabil. Ries Mertens, den wir auf jeden Fall. Komm, jetzt gib mir was Gutes, Alter. ZM, Brasilien, Serie A. Daktas Costa? Ach, Daktas Luis? Wie viel hat der? Komm schon auf Daktas Costa, bin ich durch. 83er Douglas Luis. Ja, wow, der hat ja richtige Müllwerte. Kostet gar nichts. Kostet gar nichts. Den Hunter Balch, Mann, auch noch. Wie viel haben wir nach dem, haben wir noch 10 Packs? Amiri, können wir skippen. Wir kriegen die ja gar nicht. Wir haben zwar viele Coins. Mathes Tell. Lied interessanter. Er hat gute Werte. Kostet 1.200 Münzen. Ne, ich behalte den. Vielleicht spiele ich den sogar gleich. Das brauche ich niemals. Tschüss, tschüss, tschüss. Komm, wir gehen rein in den letzten 10. Pack Nummer 1. Ardli. Es geht mir schnell. Rein ins nächste. Einfach weitermachen. Boah, ja. Ich fände die Animation gar nicht, wenn ich wieder direkt komme. Mir hat das gar nicht gefallen. Sowas will ich sehen. Genau sowas. Rf. Spanien. Frauen. Barcelona. Real Madrid. Athenia, oder wie der heißt. 82er. Kostet gar nichts. Mal gefehlt mehr Geld mit dem Abstoß, als mit den Packs, ja. Ein Premium Gold Pack können wir aufmachen. Profis Pack und ein. 5.50k Pack. Rein da. 25k Pack. Wir brauchen Workouts. Stimme. Gerasi. Gerasi ist kein Workout, man. War der 3 nachts oder 4 nachts? 84er Gerasi. Dahinter vielleicht etwas. Die Maria. Gerasi kostet gar nichts, ne? Die Maria auch nicht. Wollte ich gar nicht gucken. Keine OP-Karte, die zwei gar nicht abstoßen. Letztes Pack, Freunde. 600 FIFA Points. Was ist denn genau? 625. Gib mir ein Workout, ihr last Pack. Come on. Innenverteidiger, England. Das war auf jeden Fall kein Workout. Letzte Pack gibt uns, heiß hieß sie Bright. 84 safe, ne? 85er Bright. Boah, die haben wir gar nicht gegönnt, ja. Mit Thomas. Nicht mal einen Spieler gezogen, der OP ist. Ja, kostet nichts. Kostet auch nichts. Schade. Das war's mit dem Video, Freunde. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Leider haben wir nichts Gutes gezogen. Im nächsten Video seht ihr mein neues Team. Besser gesagt, mein erstes Team. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und... Ciao.